Information an alle Truppen. Alle Truppen haben sich sofort im MH für eine Umstationierung zu sammeln. Hier spricht die Republic neben. Ich wiederhole mich. Alle Truppen haben sich aufgrund einer Umstationierung im MH zu sammeln. Jeder, der nicht kommt, wird festgenommen und hingerichtet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was? Boy, that escalated quickly. CTs, sind Sie vollzählig? CT 8132, Brake meldet von den CTs. Einer unverständlich, der Käpt'n ist im Kopf rechts von mir. Es ist Feierabend für heute. Du hast heute kein Englisch gemacht, Olaf. Nun gut, meine Herren. Wir werden gleich einmal umstationieren auf die Venator. Wir haben vom AOK den Befehl bekommen, umzustationieren aufgrund eines Einsatzes. Ich sag euch, ich hab richtig Bock. Der Server hat und ließ am letzten Freitag und der ist hier probevoll. Guten Tag, Commander Wolf. Eine Ehre, in Ihrer Anwesener zu sein. Ich hab schon viel von Ihnen gehört. Freut mich. Ich hab schon ein gutes. Ja, natürlich. Sie waren doch mit General Plokun doch mal in dieser Rettungskapsel eingesperrt, wo es Sie fast erwischt hat. Wie haben Sie das denn geschafft? Ja, da, da überreden wir nicht. Was sollen wir jetzt tun, Lieutenant Brake? Ach, Falk, nicht Falk, Falk. Ach, Falk, sehe ich ja. Hey, Falk, wollen wir mal kurz da drüben reden? Hey, sag mal, wieder ein bisschen duschen hier. Äh, zu lange, leider. Zu lange. Ich bin ja ganz neu. Hast du ein paar Tipps für mich, Falk? Halt dich von den Roten fern. Was mit den Roten? Erzähl mal, was haben die dir angehangen? Pass auf, die haben versucht, mir ein Hochfahrrad anzuhängen, weil mir jemand in die Waffe gelaufen ist. Aber was soll ich machen, ne? Wie ist dein Name? Nämlich Drake. Hoffentlich rett uns keiner vor den Lauf, ne? Fives! Was ist da vorne? Guck mal, nicht mal das, was wir haben. Was ist das denn von hinten schlage? Jetzt guckst du mir, dass er nicht. Na, weil sie nicht schlecht sind. Das sind auch wieder so komische Sonderfälle, glaube ich. Wie bist du Private? Er hat sie als Sonderfahr bezeichnet. Was? Ich hab doch gar nichts gesagt, Sir. Ich hab dir vertrutt, Digga. Fick dich, ne? Los, meine Nummer. Los, meine Nacktbilder. Ich hab nichts getan. Wollen Sie ein paar Runden laufen? Mein Terminkalender ist voll, Captain Sir. Informativ an alle Offiziere. Alle Offiziere haben sich sofort auf der Primärbrücke beim Hulotisch einzusammeln. Glaub mir, dann mach ich gleich noch was anderes. Hey, Volk, da bist du wieder. Ja, komm, Drake. Ach, ne? So hintergangen. Na ja, Volk. Ich musste mich auf eine Seite schlagen, um gut auszusehen. Das ist natürlich klar. Aber das hätte nicht sein müssen. Wir hätten sehr gut zusammenarbeiten können. Eine Zusammenarbeit ist nicht ausgeschlossen. Doch Vertrauen muss man sich gewinnvoll. Und du hast mein Vertrauen leider missbraucht. Was passiert jetzt? Lauf ich jetzt vor deinem Lauf? Nein, Drake, natürlich nicht. Ich werde doch keinen Bruder umbringen. Ja, das ist ein richtiger Fiebertrauen. Drake, ich gebe dir eine neue Chance. Hintergeh mich nicht noch einmal. Was soll ich tun, hm? Erzähl mir, was ich tun soll. Gar nichts. Mich nur nicht hintergehen. Dann arbeiten wir gut zusammen und können unsere Ziele verwirklichen, Drake. Okay. Ich würde ganz gern wissen, was oben auf der Brücke abgeht. Wie kommen wir da am besten rauf? Wir brauchen eine Navy-Uniform. Meinst du, du kannst uns die besorgen? Nun, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich glaube schon. Alles klar, Volk. Wenn ich mir die Lage ein bisschen angeschaut habe, wie die da unten ausschaut auf dem Planeten. Komm mal da drüben. Ja. In den Raum? Wenn Sie mich nachher dafür anpissen, dann diskutiere ich mit Ihnen mehrere Stunden. Und jetzt diskutieren wir weiter. Psst. Die Hauptkonsole. Warst du da schon dran? Sie unterführen den Befehl des Wormed Officers Dr. Scheil. Ich bin im Kopf. Hm. Was ist die machen? Ich mach's auch nicht. Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt auch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Komm mit. Lassen wir unsere Akten in das Navy-System einfügen. Natürlich. Lass mich das eben machen. Mach du das. Ich schau mal das Schiff an. 6,5 Stunden später. Wir können. Sehr gut. Ja, genau. Wir müssen jetzt kämpfen gehen. Los geht's. Was ist hier los, Commander? Ihr schafft das doch nicht alleine, Commander. Ihr könnt nicht sterben. Steigt an den Einsatz. Sie kommt, Drake. Volk, siehst du da vorne in den Tunnel? Da müssen wir hin. Wenn ich jetzt sag. Ja, 1, 2, jetzt. Komm. Du musst mich decken. Ich hab was mitgehen lassen. Wie, du hast es mitgehen lassen? Was hast du getan? Ich habe die Granaten geklaut. Du musst mich decken. Dann schmeiß ich den Pups rein, okay? Ich deck dich. Ich deck dich. Ich vertraue mein Leben in dein Hand. Werf. Drake, wir müssen uns zurückziehen. Mir geht die Munition los. Fahr mit jetzt. Schnell. Das war doch schon knapp. Ich merke das schon. Wir müssen hinter die Barrikaden kommen. Da ist ein Medic. Alles gut, so hart. Einfach halten. Oh, scheiße. Halt ab, Schatz zum Hunger. Die kommen hier rein geflogen. Die wollen nicht umbringen. Wir springen auf die und reiten die. Oh, scheiße. Oh, Drake, schieß. Oh, mein Gott. Wir müssen zurückziehen. Zurückziehen. Oh, Volk, Mann. Das war aber eine harte Nummer, du. Ich glaube, das geht schon direkt los. Los, Drake, auf in den Kampf. Für die Republik. Nein, wir müssen vorrücken. Volk, wir sind hier gefangen. Pass auf, Drake. Du schießt Raketen. Okay, Volk. Wir müssen jetzt rennen. Vor mit, schnell. Da kommen Raketen. B2. Schieß auf den B2 rechts. Komm, schnell, weiter. Okay, vorrücken. Weiter, weiter. Moment, kurz. Ah, Legat. Sehr gut, mitkommen. Thorsten, Legat, Drake und Falk. Achtung, Achtung an alle Truppen. Versammeln Sie sich im UH-Unterster Hangar. Evakuierung wird eingeleitet. Schnell, wir sollten rechts lang. Die Venator brennt ja richtig. Da fackelt es. Schnell, ey, warte. Lass sie in der Mitte nehmen. Drake, kannst du das steuern? Nein, deswegen steigst du. Wo, Legat? Wo bist du? Legat. Legat, steig rein. Okay, heb ab. Wir müssen weg. Die CT für sich. Die CT für sich. Schnell. Wir müssen raus hier. Hier fliegt alles in die Luft. Hier fliegt alles in die Luft. Wo. Oh, ho, 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 ho. Rettet die CT first? Leftig, oh mein Gott. Scheiße. Ey, ausweichen. Vorsicht, die schießen auf uns. Lande in der Providence. Lande in der Providence. Oh mein Gott. Was für Lande in der Providence, Junge. Nein, das ist eine Schatzidee. Das ist eine gute Idee. Für die Republik. Wir holen uns jetzt das zurück. Oh mein Gott. Pass auf. Hat das denn keine Geschütze? Warte, ja, ist der gut. Nein, das ist eine Rettungskapsel. Das hat keine Geschütze. Die schießen aber auf uns. Schnell, lande. Lande in der Providence. Lande in der Providence. Hey, deine Fresse mit deiner Providence. Oh mein Gott, lande. Oh mein Gott, lande in der Providence. Oh mein Gott, deine Fresse mit deiner Providence. Oh mein Gott, lande in der Providence.